herzlich willkommen zum adventskalender 2022 hier auf modelleisenbahnträume tv ja der faller adventskalender wird langsam immer leerer noch drei türchen dann war es das ne heute sind wir bei türchen 22 und der nikolaus beschützt ihn dann wollen wir mal darunter und gucken dass man das türchen 22 aufkriegen aha jetzt müssen wir aufpassen so eine figur hatten wir doch schon mal die will auch nicht raus wenn ich die jetzt wieder hier halte dann macht es wieder ab der adventskalender hat der abgang macht tja kommen wir daran in irgendeiner weise jetzt ist er gar noch ganz so weder ein skateboarder weder nicht definierbar ob männchen oder weibchen wobei vom körperbau würde ich eher vom mann tippen aber die haare die haare auch wenn man es geht wort nichts mit schlittschuhen interessant ja nach viel mühen haben wir das rausgekriegt das türchen 22 schreibt doch mal in die kommentare was ihr so denkt und wir sehen uns morgen wieder bis dahin viele grüße markus und tschüss bis dann 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 bis Untertitelung des ZDF, 2020